Hey Mamas und Papas! In diesem Video schauen wir uns die aktuell besten Wickeltische bzw. Wickelkommoden an, welche es derzeit zu kaufen gibt. Also bleibt dran! Die Auswahl der in diesem Video ausgewählten Produkte basiert auf meiner subjektiven Meinung als verantwortungsvolles Elternteil nach langer Recherche in dieser Thematik. Und diese möchte ich mit euch teilen. Um alle Produkte möglichst gut vergleichen zu können, habe ich für diesen Vergleich folgende Kriterien berücksichtigt. Einmal natürlich den Preis, die entsprechenden Vorteile und möglichen Schwächen, sowie bereits abgegebene Kundenmeinungen anderer Eltern. Die aktuellen reduzierten Preise und Verfügbarkeiten habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Alles klar? Dann lasst uns mit dem Video beginnen! Fangen wir an mit der sicheren Wahl. Die Wickelkommode von Safety First. Diese Wickelkommode ist meiner Meinung nach für alle Eltern eine sichere, unbedenkliche und praktische Wahl. Denn dieser Wickeltisch lässt sich im Handumdrehen sogar in eine Babybadewanne umfunktionieren. So schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Diese All-in-One-Lösung ist ideal, wenn man nicht allzu viel Platz für eine feststehende Wickelkommode zu Hause hat. Dank der angebrachten Rollen lässt sich die Kommode bequem in jedes Zimmer schieben. Beispielsweise ins Bad, sobald die integrierte Babybadewanne verwendet wird. Selbstverständlich sind Radbremsen vorhanden, sodass ein sicherer Stand jederzeit gewährleistet ist. Besonders gefällt mir, dass diese mobile Wickelkommode erstaunlich viel Stauraum bietet. Insgesamt vier kleine und drei große Staufächer. Ein großer Korb sowie ein Handtuchhalter und ein Aufbewahrungsnetz bieten für alle nötigen Utensilien, die man für eine Wickelkommode braucht, ausreichend Platz. Geeignet ist diese Wickelkommode für Säuglinge und Kleinkinder von der Geburt bis ca. 12 Monate. Diese Wickelkommode ist multifunktionell und ein wahrer Segen für kleinere Haushälte. Die stärksten Vorteile meiner Meinung nach sind somit Die Flexibilität dank der angebrachten Rollen Die 2-in-1-Funktion der integrierten Babybadewanne Sowie die vielen nützlichen Staufächer Mit starken 4,6 von 5 möglichen Sternen sucht dieser Kandidat seinesgleichen. Alle weiteren Informationen zu dieser sicheren Wahl habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Deutlich günstiger kommt man mit der Wickelkommode von Filikit weg, den wir den Preis-Leistungs-Sieger getauft haben. Dieser Wickeltisch bedient sich ebenfalls der platzsparenden Bauweise. Schnell aufgeklappt steht dieser Wickeltisch sicher und bietet die größtmögliche Platzersparnis, die man haben kann. Die beschichtete Auflage lässt sich ganz einfach reinigen. Eine herausnehmbare Kunststoffplatte sorgt für eine stabile Liegefläche, anders als bei anderen Modellen, bei denen das Kind nach kurzer Zeit schon durchhängt. In den seitlichen Ablagefächern finden Windeln, Feuchttücher und mehr Platz. Das Fach klappt sich beim Zusammenlegen praktischerweise mit ein. Ein schmaler Gurt hält das Baby bei Bedarf fest, sodass es nicht wegrollen kann. Erhöhte Ränder der Wickelmulde und die Anti-Rutschfüße sorgen für zusätzlichen Schutz. Die Stärken sind somit ganz klar. Die kompakte Bauweise, denn zusammengefaltet verschwindet der Filikit ruckzuck. Der bisher ungeschlagene, günstige Preis. Sowie der Sicherheitsaspekt dank dem eingebauten Gurt und verstärkten Wänden. Mit herausragenden 4,8 von 5 möglichen Sternen kann man hier wenig falsch machen zu diesem Preis. Alle weiteren Informationen zu dem Preis-Leistungssieger habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Das Allround-Paket unter den Wickelkommoden gibt es von Roba. Diesen nennen wir stolz den Alleskönner. Denn dieses Modell lässt keinen Wunsch offen. Mit einem günstigen Preis und viel Funktionalität kommen hier alle Eltern auf ihre Kosten. Diese Wickelkommode ist eher als Wandwickelregal zu bezeichnen. Hier wird die robuste Auflage und Bauweise einer klassischen, stabilen Wickelkommode mit der flexiblen und platzsparenden Art einer mobilen Wickelkommode vereint. Das Wandwickelregal von Roba ist von der Geburt an bis zu einem Gewicht von 15 kg ein sicherer und praktischer Wickelplatz. Die weich gepolsterte Wickelauflage mit dreiseitig erhöhtem Rand ist bereits im Set enthalten. Alle Roba-Wandwickelregale wurden nach den aktuellsten Sicherheitsstandards sogar in Deutschland entwickelt. Alle Materialien sind schadstoffgeprüft und zertifiziert. Der Wickeltisch ist auf rückenschonender Höhe an der Wand zu befestigen und ist ideal für kleine Wohnungen und Familien, die eine platzsparende Lösung suchen und dennoch viel Wert auf Stabilität legen. Einzig das Anbringen an die Wand erfordert ein gutes Plätzchen und etwas Geschick. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du würdest mir enorm helfen, indem du diesem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Welcher ist dein persönlicher Favorit? Darüber hinaus findest du ganz unten in der Beschreibung einen Link zu den aktuellsten Amazon-Rabattgutscheinen. Es lohnt sich! Wir wünschen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal!